Die Top-Spiele im heimischen Fußball werden präsentiert von PlanetWin365.at Viele Tore gibt es für die 100 Fans auf der Innsbrucker Biesengasse in der vierten Runde der UPC Tiroliga zwischen dem Innsbrucker Traditionsverein SVI und dem Titelfavoriten FC Kitzbühel. Bereits in der fünften Minute bringt Peter Gartner die Gammstädter mit 1 zu 0 in Führung. In der fünfundzwanzigsten Minute darf Kitz-Trainer Alex Markel über den 2 zu 0 Treffer durch Simon Viertel jubeln. Nach dem Seitenwechsel wird in der zueundsechzigsten Minute der SVI-Spieler Mario Fetten ausgeschlossen und Manuel Schmidt verwandelt den Strafstoß zum 3 zu 0 für Kitzbühel. Die Mannschaft von SVI-Trainer Hannes Glaboniad bäumt sich aber nochmals auf. Daniel Heisenberger trifft in der siebzigsten Minute ebenfalls per Strafstoß zum 1 zu 3 und in der achtzigsten Minute verkürzt Manuel Niederkircher auf 2 zu 3. In der vierundnachzigsten Minute aber die Entscheidung. Schiri Michael Markreiter gibt zum drittmal Strafstoß in diesem Spiel und Karol Scholzanski erhöht auf 4 zu 2 für Kitzbühel. In der neunzigsten Minute zielt Manuel Schmidt mit einem schönen Treffer den 5 zu 2 Endstand. Kitzbühel setzt sich mit diesem Sieg an die Tabellenspitze. Der SVI ist seit drei Spielen ohne Sieg. Alle Infos gibt es unter www.facebook.at. slash Tirolfußball